eine ewige Suche nach Kohle und so ist eigentlich viel schlauer, wenn du dir einfach Char-Kohle machst, weißt du? Ich habe am Anfang auch, also ich weiß, ich kenne mich noch genau an mein erstes Minecraft-Spielen erinnern. Ein Kumpel so, willst du Minecraft-Spielen? Natürlich ge-crackt, ne, also hier, für euch, ja. Dann habe ich das gespielt, oh, nein, oh, ne, einfach. Und dann, dann weiß ich noch ganz genau, ich so, was soll ich jetzt hier machen? Hol dir mal Holz. Einfach gegen den Baum gegen hauen. Hm, mach das mal. Kann er nicht irgendwie sterben dadurch? Ne, ne, 800 dann. Dann habe ich erst mal, ich glaube, dann habe ich eineinhalb Stunden nur so nur Bäume gefällt, weil er hat nicht gesagt, dass ich irgendwas bauen soll oder so. Dann habe ich einfach nur die ganze Zeit Bäume gehackt. Zwar relativ komisch. Ja, also im Realize war dann so die Hand ein bisschen kaputt gewesen, nach dem zweiten Baum, glaube ich. Alter, ich glaube, es gibt echt fast runter, bis auf den Bad Rock hier aber. Ich bin fast da gerade runtergefallen, so halb. Ja, ich gehe gerade runter. Nee, das lassen wir lieber, okay? Wie wäre es damit? Nö, ich finde das lustig, ich sehe da unten schon ein Skelett. Gerade deswegen sollte man es lassen. Und ein Creeper, das glaube ich ja nicht. Nee, du kommst wieder raus. Es gibt nur Ärger. Oh, jetzt habe ich auch noch Mücken im Zimmer, ey. Boah, das hasse ich ja auf den Tor. Alter, hier ist so eine richtig fette Höhle. Soll ich runterkommen? Ja, komm runter, zu zweit ist besser, weil wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich, glaube ich, tot, weil ich nur noch so wenig Leben habe. Boah, Jump, okay. Oh, ich dachte, das warst du. Oh, boah. Ich dachte, irgend so ein Vieh kommt. Hier ist doch keine Höhle hier. Doch, da geht seitlich hin, siehst du das nicht? Geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Wenn du mich runter schlussst, bin ich tot. Geilig. Archer und Skeletten, nein. Ist davon oder irgendwas? Komm runter. Shit. Bassen. Zieh dir den Kack da rein. Wie viel Leben hast du? Nicht viel. Ich traue mich da nicht um die Ecke. Boah. Okay, ich habe jetzt mal fieserweise F3 benutzt. Und im Umkreis sind nicht viele Zahlen. Hoffe ich doch. Außer hinten in die andere Richtung. Und? Da, wo du gerade hinläufst. Ich stehe aber, hier ist die Höhle zu Ende. Ja, leuchte mal alles aus, auch in die andere Richtung, bitte. Ja, ich hole jetzt erstmal hier die Kohle. Jetzt habe ich wieder zwei Gehensschutz gemacht. Mann, bin ich schlau. Mach mal Creeperwache. Und da unten ist Lava. Mach mal Creeperwache. Und danach gehen wir erstmal zurück, die Sachen abliefern. Ja, ich habe 9 Eisen, 23 Kohle. Ich habe 25 Eisen und 100 Kohle. Ja, 100 Kohle, genau. Hä? 100 Kohle. Ja. Ach so, ach so, ich habe gerade Eisen verstanden, so. Oder ich wollte es hören, sagen wir so. Ja, das noch mehr Eisen. Ja, sammeln mein Eisen ein. Okay, in die Richtung gibt es nichts mehr. Aber wir haben noch die andere Richtung. Na, ich bin dafür, dass jetzt erstmal heil gehen. Ich bin dafür, dass mir vor allem nicht den Weg versperrt. Ey, das ist ja echt Lava. Wie nice. Nö, ich habe mir gerade ausgedacht. Echt, wie dumm. Haum, Mann, sei leiser. Ah, ich habe erstmal das Wasser weggemacht. Okay, ich würde sagen, hier bauen wir mal ein bisschen zu, weil dann sonst die Viecher rauskommen. Dann wissen wir ja dann. Alter, wo kommt das Wasser her? Aus der Erke hinten. Wo? Ach, das warst du. Ich dachte, da wäre irgendein Monster ins Wasser gesprungen. Mach mal zu. Leck. Ich traue mich, ehrlich gesagt nicht. Ich finde es lustig. Komm, warte, ich gehe da hinten hin. Ach, du Kacke. Sag mal, will ich mir das nur... Oh, oh. Oh, oh. Komm hoch, Junge. Du schaust es. Alter, Mann, hast du mal da hinten in die Höhle reinguckt? Ich glaube, die ist nochmal so riesig, ey. Okay, lass uns gerade noch hier vorne das hinbauen. Bis dahinten vorne hinbauen. Nein! Nein, Quipper, nein, nein, nein. Oh nein, ich bin tot. Ich habe alle meine Sachen. Nein. Scheiße. Bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Ich komme da schnell hin. Oh, shit. Oh, nein. Soll ich dich... Ich bin admin. Soll ich dich tippen, ey? Nein. Nein, das ist nicht. Oh. Ich bin fast tot. Oh. Und es ist auch noch Nacht, ey. Nein, das glaube ich ja nicht. Oh, die ganze Skelette, die hier rumhüpfen. Ich komme da nicht dran vorbei. Was soll ich machen? Shit, shit, shit. Haben wir hier noch irgendwelche Materialien? Äh, ja, geil. Okay, wir haben noch ein paar Sekunden. Ich kann mir wenigstens ein Schwert machen. Oh. Nein, nein. Jetzt ist da noch irgendein Vieh in unserem Haus. Eine Spinne, die mich attackiert. In unserem Haus. Zwei Viecher, zwei Spinnen, irgendwas irgendwo. Soll ich die Sache jetzt einfach einsammeln? Ja, sammeln sie ein. Nee, das ist ein Skelett unten. Boah, leck mich doch am Arsch, ey. Okay, bleib einfach da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. Ja, jetzt schieß ich mich noch ab. Durch die Wand, Wallhacker, ey. Oh. Mann. Nochmal. Zum zweiten Mal durch die Wand. Ich fass es nicht. Ich muss da schnell jetzt hin. Oh. Es gibt keine Möglichkeit, dass du Tag einstellst, ne? Doch, kann nicht. Okay, warte. Die Hundi, die Hundi, die Hundi sind da. Dann kamikaze, kamikaze. Soll ich Tag machen? Nein. Ich mach kamikaze. Ah, ah nein, er hat mich einmal getroffen. Ah, er hat mich nochmal getroffen. Nein. Ey, das ist ein Wallhacker. Ich schwör's, das gilt nicht durch die Wand. Der schießt mich wirklich die ganze Zeit durch den Stein ab. Ich muss meine... Nein, das ist ein Zombie. Oh, stirb Zombie. Nein, 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 nein. Wie konnte der denn mich treffen? Bist du tot? Nein, schon wieder fast. Aber fast, fast, fast. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab total Angst hier, Alter. Ich... Ich bin alleine... Oh! Ey, das Ding will mich verarschen. Jetzt hab ich auch noch zweieinhalb Bär zu nehmen. Grad hatte ich nur sieben. Ja, ich bin da, ich bin da, ich komme. Das war dann noch in dieser Extremhöhle, ne? Boah! Mann! Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Oh ne, hier hinten ist eine Fackel weg. Was ist hier passiert? Ich hab keine Fackeln dabei. Shit. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo war das denn, wo wir eben waren? Hast du die Sachen aufgesammelt? Nö, da ist ein Skelett genau auf den Sachen drauf. Das glaub ich ja nicht, ey. Ja, jetzt hab ich noch anderthalb. Dankeschön. Ey, der Wall hackt. Ohne Witz. Okay, warte. Du gehst weg, dass du nicht stirbst. Und ich geh da hin und mach Kamikaze, okay? Ja, ich kann nichts machen gerade. Ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen. Okay. Ich bin bald da. Ich bin bald da. Ich kann nichts machen, weil wenn ich da lang gehe, da ist ja dieses Loch. Also was ich ihm machen könnte, ist es was zubauen. Okay, ich hab grad übelst einen guten Kamikaze-Sprung gemacht. Okay, warte, ich bin fast da, ich bin fast da. Hier bin ich. Ich bin, ich hab noch ein halbes Herz. Geh weg, geh weg. Und ich geh runter und mach Kamikaze, okay? Ja, okay, ich hab ihn getötet. Komm her, komm her, komm her. Sammel die Sachen ein. Äh, ich hab's eingesammelt. Die Hundi ist da, Hundi ist da. Hundi verteidigt mich. Komm hoch, wir gehen jetzt alle Sachen wegbringen, ey. Ja, ich versuch's. Oh, schnell hier hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Komm her. Oh, Alter, von wo sind wir runtergekommen? Oh, shit, da oben ist noch, da sind überall so... Von wo sind wir gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Von links. Okay, hier, hier, die Treppe. Weil ich hab noch... Ja, genau. Hier die Treppe. Ja, springen daneben. Also hier war dieses Monsterloch und ich hoffe hier... Wir müssen jetzt noch ein bisschen hier in der Höhle bleiben, ne? Warum? Weil's draußen Nacht ist. Ja, komm her. Ich hab da Kamikaze. Ich hab auch ein halbes Herz, mir darf nichts passieren. Okay, wo, wo, wo ist denn der Ausgang? Hier oben. Warte, ich komm hier nicht mehr raus, ich muss meinen Stein wegmachen. Komm her. Komm her, ich weiß, ich hab, ich hab weiß genau, wo wir sind. Hier ist das, wo wir gesagt haben, boah, epic fein Loch und ich bin was schon da alles noch. Ach. Ach. Alter, das macht mich fertig. Ich hab auch nur noch zwei Herzen, gell? Ja, ich hab mal was. Jetzt, glaub ich, geistig, äh, gesundheitlich. Tut mir leid. Es ist noch Nacht, gell? Bleiben wir hier, bleiben wir hier. Das hat halt keinen Sinn. Hab ich noch Essen dabei? Natürlich nicht. Scheiße. Ich geh mal hier in den Ofen, tu schon mal das Eisen rein. Das kommt gleich dazu. Oh, da sind ja nochmal 40 Kohle drin, alt. Okay, fuck. Jetzt sind da 64 drin. Kann das sein, dass es gerade erst nach geworden ist? Nee, das war ja schon nach, als ich gekommen bin. Oh, was für ein Abenteuer, ey. Das macht einen ja richtig fertig hier. Also ich schwitze schon fast. Ich traue mich aber gar nicht zu trinken, weil ich Angst habe, dass ich voll von hinten fertig gemacht werde, so wie es so häufig ist. Oh, man, ich hasse Zombies allgemein. Am ließen würde ich diese Properties spawnen Monster weiter, aber nein. Nein. Oh, ich glaub in der Viertelstunde oder so macht dann auch Aufnahme, machen wir ja auch Aufnahmepause, oder? Ja, kann man machen, machen wir mal um Punkt und um 10 Uhr, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also, wie gesagt, noch läuft es auf 1.7.3. Wollen wir dann schon direkt am Montag gleich auf 1.8 oder wenn es dann draußen ist? Direkt. Direkt, ja. Wir fangen dann auch direkt eine neue Welt an. Ja. Also es ist erstmal nur so ein paar Startvideos. So ein bisschen funny, weil dann haben wir nämlich die neuen Biome und das ist viel geiler. Ja. Aber es wäre vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wäre es echt besser, wenn du dann aufnimmst, oder ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich würde dann nur alles erklären, weil mit Traps habe ich noch nie aufgenommen. Ja. Wenn du mit Traps aufnimmst. Ah, mir tut's grad irgendwie an der Rippe weh. Ja, ich sitz auch so verkrüppelt hier. Ich traue mich echt nicht zu trinken, wirklich, ey. Ja. Ich will, jetzt ist es Tag wird, man. Dann mach ich mir erstmal einen Bogen und baller die alle weg, wenn die das nächste Mal kommen. Stimmt, du denkst einmal genug. Nein, ich hab die Fackel weggemacht, mach die Fackel dahin, mach die Fackel dahin. Ah, du bist ja so ein Genie. Ich weiß. Wir haben eine Lehrerin. Ich hab mir aufgefallen, dass du jedes Mal vor mir stehst, ja. Wir haben eine Lehrerin, die heißt Frau Held. Wie ist das echt? Die heißt Frau Held? Das ist so geil. Ey, Frau Held. Wir haben eine Lehrerin, die heißt Frau Zitzgeglöckner. Okay. Warte, was haben wir denn noch für Lehrer? Ach ja, Frau Bohnsack? Wir hatten mal eine Frau Ventil. Ne, Frau Thiel, Frau Thiel, nicht Ventil. Aber wir haben sie immer so genannt. Und sie sagen... Ja, wir haben eine Lehrerin, die nennen wir Anakin. Weil sie den Zopf hat wie Anakin. Okay. Es ist Tag. Echt? Soll ich's wagen? Nein, warte, warte noch ein bisschen. Okay, ich geh einfach hoch. Draw one more. Und ich hänge fest. Ah, ich werd angeschossen. Geh weg. Lass mich noch einen Schuss und ich bin tot. Lass mich. Brenn. Brenne einfach. Brenne unfreudig. Warum brennst du denn nicht? Ich hol grad... Hier brennst du der Helm. Moment mal. Ich hol grad... Ach, wurdest du grad gerufen? Ja, wurde ich. Ich soll leiser sein. Ich hab auch Angst. Ich soll leiser sein, XD. Ich hab grad ein bisschen Flint abgefarmt. Und irgendwie sind hier noch einige Shanks sehr dunkel. Ja, das ist manchmal so ein bisschen verbackt, ne? Bisschen. Also der eine Shank, der ist noch richtig dunkel, als er ist mitten in der Nacht. Ja, da muss man das nochmal... Da muss man den Server meistens nochmal neu starten. Aber wenn der Shank nicht gerade da ist, wo man ihn braucht, dann ist es ja nicht so schlimm. Lass mich! Nein, ich bin tot! Nicht ernsthaft. Doch. Das glaub ich ja nicht. Aber kurz vorm Haus. Kurz vorm Haus. Oh, übelster Leck gerade. Und noch einen. Ja. Ja, das Spiel trauert, weil du gestorben bist. Ja, hol deine Sachen einfach wieder. Genau. Ja, ich weiß ja, wo es war. Hier vorne liegt auch noch ein Fall. Hundis, Hundis, Hundis. Aber wir haben keine Knochen mehr. Wir brauchen auch keine Hundis. Die bringen's nicht. Ich hab hier grad nochmal so ein richtig dickes Kohle vorhauen. Moment mal. Da muss er leise sein. Ja, und ich hab eben grad nur gehört, dass er hochkam. Und ich wollte jetzt nicht, dass meine Mutter hier jetzt gerade ins Letzt Playtogether reinspricht, so. Wär doch echt nice. Ja, da kriegen wir aber einige Klicks wegen was anderem. Naja. Ja. Okay, ich lass dir grad noch das Eisen durchlaufen und dann komm ich zu dir rüber, ne? Du könntest schon mal das... Ja.